Andreas Josef Hofmann war ein deutscher Philosoph und Revolutionär und einer der Hauptakteure der Mainzer Republik. Als Vorsitzender des Rheinisch-Deutschen Nationalkonvents rief er am 18. März 1793 die Erste Republik in Deutschland aus den Rheinisch-Deutschen Freistaat. Er war ein überzeugter Befürworter der Französischen Revolution, propagierte den Rhein als natürliche deutsch-französische Grenze und war später unter dem Direktorium und dem Konsulat in der Verwaltung des Departements Donnersberg tätig. Leben Nach dem frühen Tod von Hoffmanns Vater, einem Chirurgen, wurde er von seinem Onkel Franz Xaver Fahmann, Professor für Moraltheologie an der Universität Würzburg, erzogen. Nach einem Jahr an einem Jesuitenseminar studierte er Jura an den Universitäten Mainz und Würzburg. Als Revolutionär in Mainz nach einigen Jahren am Reichshofrat in Wien musste Hoffmann wegen verschiedener kritischer Veröffentlichungen die Stadt verlassen. Er kehrte 1784 nach Mainz zurück, wo er während der progressiven Reformen von Kurfürst Friedrich Karl Josef von Erthal eine Stelle an der Universität bekam. Bis 1791 lehrte er Geschichte der Philosophie, 1791 wurde ihm der Lehrstuhl für Naturrecht übertragen. Hofmann war ein liberaler und fortschrittlicher Denker. So befürwortete er beispielsweise, dass Vorlesungen und Gottesdienste auf Deutsch gehalten werden sollten. Unzufrieden mit der Langsamkeit der Reformen in Kur Mainz war er von Anfang an ein Befürworter der französischen Revolution und wurde von den kurmainzischen Behörden bespitzelt. Als die französische Armee unter General Castin Mainz am 21. Oktober 1792 einnahm, waren der Kurfürst und sein Hof bereits geflohen. Zwei Tage später war Hofmann einer der Gründer des Mainzer Jakobiner Clubs und wurde eines der aktivsten Mitglieder. Der populäre und redegewaltige Hofmann kritisierte in seinen vielen Reden sowohl das Ancierregime des Kurfürsten als auch die Politik der französischen Militärregierung. Er half bei der Organisation der Wahlen zum rheinisch-deutschen Nationalkonvent mit, insbesondere in ländlichen Gebieten, wurde in dieses erste demokratische deutsche Parlament gewählt und zu dessen Präsident bestimmt. Am 18. März 1793 rief Hofmann vom Balkon des Deutschhauses aus die Erste Republik auf deutschem Boden aus den rheinisch-deutschen Freistaat. In französischen Diensten nach dem Ende der Republik in der Belagerung von Mainz konnte Hofmann die Stadt mit den abrückenden Franzosen verlassen. Er ging ins Exil nach Paris, wo er in der Soziete des Refugies Mayersee, einer Vereinigung von exilierten Mainzer Revolutionären, aktiv war. Nach einer kurzen Zeit in der Armee wurde er als Spion nach London geschickt, wurde dort aber von seinem früheren Studenten Clemens von Metternich, der in Mainz studiert hatte, erkannt und musste fliehen. Nach seiner Rückkehr nach Paris wurde er unter dem Direktoriumleiter des Büro des E-Trangers. Nachdem die linksrheinischen Gebiete wieder unter französische Kontrolle gekommen waren, wurde Hofmann 1797 oberster Steuerbeamter des Separtement Donnersberg und kehrte nach Mainz zurück. Nach Napoleons endgültiger Niederlage zog sich Hofmann ins Privatleben zurück und verbrachte den Rest seines Lebens in Winkel, wo er im September 1849 starb. Schriften, der Aristokraten-Katechismus Ein wunderschönes Büchlein, Mainz 1792